Und viele Außerirdische, die haben ja auch Raumschiffe und die kennen sich ja untereinander. Die wissen, dass es einander gibt und wir hier auf der Erde. Also wir sind halt ja ein bisschen seltsam, weil die meisten Leute, die wissen das ja gar nicht, wie viele Außerirdische es gibt und das ist irgendwie komisch, weil normalerweise weiss man das ja. Das hat halt auch mit der Regierung und den ganzen Wesen dahinter zu tun. Die unterdrücken das ja auch, dass wir herausfinden, dass es Außerirdische gibt.